Servus, liebe Freunde der Gepflegten, was an Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen DevBlog-Video. Ja, wie? Wieso denn schon wieder DevBlog-Video? Höh? Ja, gestern kam da auch schon eins, nämlich über ein Schiffchen. Denn gestern ist die DevBlog-Reihe zum kommenden Crafting-Event losgegangen, was ja demnächst dann startet. Und ich hab schon wieder so gar keinen Bock. Ich mag keine Crafting-Events. Oh Mann. Ich hasse die. Ich mag doch die Aufgaben-Events viel lieber. Aber ihr wisst es, ne? Und ich werd jetzt auch künftig nicht mehr drüber rumheulen, sondern einfach nur noch dann die Sachen entsprechend vorstellen, euch sagen, was ihr dann machen müsst. Denn das wissen wir tatsächlich noch nicht. Diese News, was im nächsten Crafting-Event gebaut werden muss, beziehungsweise wie gebaut werden muss und was wir tun müssen und überhaupt und sowieso, das kommt noch. Erstmal werden jetzt die Inhalte vorgestellt. Gestern, wie gesagt, war es ein Schiff. Heute ist es der CCVL. Ein leichter Panzer der USA auf Rang 6. Und wer jetzt schon die Bilder und das Video sieht, der wird sich denken, hä, Moment mal. Das Ding hatten wir doch in ähnlicher Form oder haben wir doch in ähnlicher Form schon mal im Spiel. Ja, und zwar einmal in Form des XM8 und einmal in Form des VFM5. So, wofür steht erstmal CCVL? Close Combat Vehicle Light. Sprich also ein Kampffahrzeug für nähere Kampfentfernungen und dann auch ein leichtes. Es ist ein Unterstützungsfahrzeug, das für die Luftlandetruppen designt wurde, beziehungsweise gedacht war, somit, dass es halt eben Luftlande verlegbar ist. Und es könnte tatsächlich sogar sein, wenn man sich im DevBlock diesen einen Teil Airborne Tank sich durchliest, könnte man tatsächlich auch denken. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt. Wäre das Ding vielleicht sogar gedacht gewesen, um am Fallschirm abgeworfen zu werden. Aber zumindest Luftlande verlegbar. Und zwar, denke ich mal, relativ flott. Das Design, darüber kann man sich tatsächlich wirklich streiten. Das mag nicht jeder. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man den CCVL mal gegen den XM8 stellt und der XM8 ist schon nicht wirklich schön, aber trotzdem finde ich, ein cooler Panzer ist gut zu spielen, ist der CCVL nochmal um einiges hässlicher, weil der Turm ist tatsächlich wirklich echt irgendwie sehr, sehr komisch und die Kanone sitzt auch, finde ich, relativ hoch. Also, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht ein bisschen seltsam aus. Aber trotzdem ist der Top-Panzerpreis, den wir im nächsten Crafting-Event da bekommen. Ist ein Autoloader, hat drei Crew-Member drin und Thermal für den Richtschützen und den Commander. Allerdings kann ich euch jetzt nicht sagen, welches Thermal, ob Generation 1 oder 2. Ich denke, Generation 3 wird es definitiv nicht sein. Nein, dafür müsste er auf Rang 7 und ziemlich modern sein. Also nehme ich, ich gehe jetzt mal erst mal von Generation 1 oder Generation 2 aus. Eins von beiden. Ansonsten muss man jetzt einfach mal sehen, was wir hier dafür machen müssen. Ich denke, hier sind wir uns alle darüber einig, dass das Ding wieder sehr für Sammler gedacht ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele jetzt auf das Ding halt entsprechend scharf sind. Ich muss jetzt auch erst nochmal sagen, soweit wie ich das jetzt hier sehe und wie ich mir das jetzt angeguckt habe, mein Gott, wir haben den VF-M5, wir haben den XM8 und das hier ist jetzt quasi aus derselben Riege nochmal ein neues Fahrzeug. Finde ich jetzt nicht so wirklich spannend. Eine 105-Millimeter-Kanone hat das Ding. Es wird mehrere, wie im Dev-Blog steht, APFSDS-Granaten geben. Ich nehme halt mal an, es werden dann wieder zwei werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht die gleichen werden, die wir beim XM8 schon haben. Müssen wir halt eben einfach mal abwarten. Aber ansonsten muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen, ob es den Zeitaufwand wert ist, sich dieses Ding zu erbauen, weiß ich nicht. Für diejenigen unter euch, die den XM8 vielleicht nicht haben, könnte der CCVL eine gute Alternative sein, und die sich sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir zumindest etwas, was Richtung XM8 geht, wenn ich den gerne haben wollte, mir dann zu ergrinden. Mal gucken. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Hängt natürlich sehr davon ab, was wir im Crafting-Event machen müssen. So, soweit jetzt erstmal zum CCVL. Die Info für euch. Haut mal gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr meint zum CCVL. Bin da mal sehr gespannt. Lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da, dem Video, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Haut auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und dann schauen wir auch mal in den nächsten Tagen, da wird ja noch ein bisschen mehr Info kommen, was wir noch an Preisen für das kommende Crafting-Event bekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Raibun. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe auch wieder in den nächsten Mal. Vielen Dank.